Musik Lena, ich versteh dich ja, aber er hat sich geändert, wirklich. Und der freut sich mit Cola-Keks. Der hat schon Namenslisten gemacht. Eine für Mädchen, eine für Jungs. Und hat unser Familienauto ausgesucht und und und. Ach so süß. Lena, ihr seid meine besten Freundinnen und ich möchte einfach, dass du dich mit mir freust. Ist nicht dein Ernst. Weißt du, wie spät es ist? In einer halben Stunde kann er fertig in die Kanzlei eingeführt. Schau dich doch mal an, das ist lächerlich. Na, musst du jetzt heulen? lots. Tschau dich doch mal an, das ist lächerlich.